Das ist eine schöne Kombination, eigentlich rote Trikots und dann grün-weiße Trikots, ne? Ja, passt voll. Ja, gut, ich glaube, das spielt auch im Blau, also, muss ich sagen. Liebe Zuschauer, wir heißen Sie herzlich willkommen zum heutigen Spiel aus der Arena del Centenario. Ja, das sind wieder Spiele. Ich glaube, das sind zu selben wie vorhin. Mit viel Auge, oh, klasse. Gute Aktion, was für eine Chance, jetzt die Möglichkeit. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase in der Welt, der erste Treffer und ein besseren Start hätten Sie kaum wünschen können. So, da hätten wir also das 1 zu 0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Weiter mit dem Vorteil, mal sehen, ob Sie den nutzen können. Schwache Aktion, Wahlverlust. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Er versucht, Chance erlebt noch. Kann er was draus machen? Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das spielt der Hacke. Der Ballverlust. Pass auf außen. Sie unterstützen gut. Sieht gefährlich aus. Den trifft er nicht richtig. Das ist kein Problem. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Riesenchorps. Schwacher Abschluss. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, könnte was werden. Gute Chance für eine Planke. Sie können nicht klären, sind weiterhin Bedrängnis. Gips. Macht er gut. Jetzt kann er die Planke bringen. Oh, Mann. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Gibt jetzt hier doch noch Gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Schöner Pass. Gefährlich. Ah, die Fansworten da, den der Peter trifft, das hört man deutlich. Sie verlieren den Wagen. Schön. Auf und laufend Platz. Klasse Pass. Tolles Zuspiel. Aus dem Angriff können sie nicht machen. Ich habe schon gedrückt, dass man gespielt hat. Man muss es genau in den Moment stehen gehen. Super durchgesetzt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Fahrendes Assistenten geht hoch. Abseits. Das war hauchdünn. Pass auf die Außenbahn. Was macht er draus? Jetzt der Vorstoß. Nein. Ich habe mal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gute Aktion. Flanke jetzt. schöner einsatz wichtig dass sie da klären und das vor hier noch einmal in der wiederholung er gekommen ins zentrum situation geht weiter immer noch gefährlich gefährlich gute aktion gut geklärt sie gefährlich jetzt hat er platz noch nicht so leicht dürfen sie es dem keeper natürlich nicht machen da wer platz auf außen super dazwischen gegangen weg ist der ball ja sie durchaus vielversprechend aus weil kommt in die mitte schönes zu spiel und dann braucht die flanke bringt nichts eins misslung der part start schon wenig die präzision gefehlt sie bringen den hohen ball aber das kann doch nicht sein dass wir schon gut ist die einzelnen planen klasse vom verteidiger block die flanke ab noch bei ja jetzt müssen sie aufpassen viel vorwärts war jetzt ja ein stück zu viel die chance auf den konter gefährlich holt sich den ball im eigenen sechzehner nordweit gemacht ich glaube das war natürlich kein guter pass das ist schwach zu spiel kommen die jahre die nachspielzeit zwei ich bin bereit zwei hälfte das nicht mehr mhm sie holen sich den ball gewisse umschieß ich den in die fresse warum kommt der nicht vorbei zur pause haben beide teams noch alle ach kein stress machen wir jetzt noch rutsch können wir besser auf russ auch können die typen mal erdrücken der ball rollt die zweite hälfte läuft auf dem flügel ist jetzt platz gesehen vorteil hier ja das war genau richtig ja das nur so sie können kann er was daraus machen jetzt hoch ich hab doch y muss einwurf geben ballverlust sieht gefährlich aus er passt auf und dürfte gehen in den schuss spiel doch komplett nach unten durch der was ist denn ein scheißverpackte probleme schön dazwischen gegangen ballverlust der ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst da kommt der pass stark sie kommen über den flügel das war für klare verhältnisse und mit dieser führung im rücken da können sie jetzt das spiel aufziehen was gekonnt wird ja wo wir müssen brauchen super wie man das lange reinkommt und dann hätte da einfach mal drauf mit ganz viel selbst wenn ich bin ich den hier machen kann sie unterliegt oder zu 16 von drin dass es gefunden hat nah mit viel über sich da haben sie den ball gut gemacht sehr gut hier vom torhüter das ist es vielleicht das war zu weit weg der schluss ist kein problem für den tor der den ganzen jahren bin kein guter abschlag was können wir jetzt auch waren war aber das klappt da hat nicht viel gefilmt und jetzt gibt es ein wurf weil es weg ein wurf landet beim gegner naja zu sehr aufpassen da können sie klären die chance auf den konter der wahlverlust gut verteidigt hier der gut dazwischen weg ist der ball in den freien raum sie können nichts aus dieser szene machen und da ist der ball wieder weg klasse zuspiel und diesen ball hat er sicher klasse vom torwart und da ist er jetzt durch da ist er 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 schönes zu spiel das ist einfach nur zu fünf nach vorne laufen einmal y sind sie durch der ball ist über der linie einwurf so easy ist es so die letzten 15 sie verlieren ist ja nicht so dass wir klar mit dieser wir können sie jetzt das spiel aufziehen ein bitter für den keeper hier den ersten hat er schon abgewährt ja aber nicht sehen was halten können und dann ist das ding natürlich leichte beute für einen stürmer nach diesem treffer steht es nun 3 1 da muss er planten schönes zu spiel auch da kommt der freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine karte jetzt gibt es die gelbe karte vertretbar denke ich und den ball hält er problemlos neun minuten sind hier noch zu spielen noch bald gute ball führung das will er jetzt alleine machen er pariert aber der wahl bleibt im spiel er wird super gemacht so fast werden auf den ecke kommt ins zentrum da hätte mehr drauf werden können sehr gut aus tolles zu spiel gibt's doch nicht jetzt vielleicht weiter gefährlich das war das denn da wieder viel passt da hat er den ball gut gemacht kann er was draus machen und jetzt die chance was für eine rettungstat gehalten und da sagt er dankeschön dem ball hält er natürlich nicht ungefährlich kein guter abschlag jetzt müssen wir aufpassen das ist schon eindeutig der torhüter macht keine gute figur heute ob es nur an ihm liegt ich weiß nicht aber ich bin schon er hat sich ja schon bessere spielen das resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr ja sie können erst mal klären das sieht mir ganz nach platzverweise aus es gibt die rote karte völlig vertretbar die einzige option in dieser situation ist eigentlich zu weit für einen direkten schuss eine reingabe geben das war jetzt auch mal eine gute szene vom größe ja aber leider einer der wenigen bisher heute das ist nicht sein bestes spiel ist eigentlich für eine komische weiße linie bei mir auf dem rasen gerade er lässt seinen gegenspieler schlägt keine Ahnung das sehen wir auch ja das wo der falsch aus gerade gemacht wurde ne ne nicht das falsch aus sie verlieren das heutige spiel so ein Fick ey die Brustannahme der schießt direkt dann hebt er das Bein und fasst ihn zum Gegner Bullshit so scheiße ey vor allem man kann auch nicht ausstellen dass man nicht gegen Typen spielen will die zu sechste oder sowas spielen das ist fast unmöglich zu verteidigen ey jaaa klar die müssen einfach nur nach vorne spiel wie oft war das jetzt in der Runde dass sie den Ball einfach nach vorne geschlagen haben die zu viert nach vorne gelaufen sind und die hatten den Ball tja hast du doch keine Chance ey ist doch scheiße so und dann